Die deutsche Lufthansa fordert jetzt Schadenersatz von den Klimaklebern. Durch die zahlreichen ausgefallenen Flüge sind denen nämlich massive Kosten entstanden. Über diese Situation sprechen wir heute, ob das Folgen für die letzte Generation hat, wie die Bild nämlich sagt, dass sie dadurch pleite wären, oder ob die noch einen Ass im Ärmel haben und das Ganze lösen können. Moin zusammen, mein Name ist Olli, wenn du neu bist, gerne ein Abo da lassen. Und wir sehen das hier, die Welt hat unter anderem darüber berichtet. Dutzende Flüge ausgefallen. Lufthansa fordert Schadenersatz von letzter Generation, heißt es hier. Schäden wohl in Millionenhöhe. Und ich habe ja mehrfach darüber berichtet, über die Situation vor gut zwei Wochen, was da abgegangen ist an den Flughäfen. Und dass dort natürlich Hunderte, wenn nicht sogar mehrere tausend Urlauber das Problem hatten und konnten an dem Tag gar nicht in den Urlaub fliegen, entweder gar nicht, oder die Flüge waren verspätet, etc. Also sind wirklich sehr, sehr viele Folgekosten aufgetreten. Ich sehe aber in allererster Linie den Staat hier mit als Verantwortlichen, der natürlich auch da mal rechtlich gegen vorgehen sollte, um das zu klären. Die Situation gucken wir uns gleich an. Dass die Lufthansa jetzt hier den Schritt macht und einen Millionen Schadenersatz haben möchte von den paar Betroffenen, das sind ja vier, fünf Kandidaten ungefähr gewesen, die daran beteiligt waren, wage ich zu bezweifeln, ob das Ganze überhaupt funktionieren wird rechtlich. Denn im Endeffekt, wenn die paar Kandidaten, die davon betroffen sind, die Hand heben, Privatinsolvenz anmelden und sagen, jo, hab nix, ich hab auch nicht vor, die nächsten Jahre zu arbeiten, dann ist das eine ganz schnelle Nummer und die bekommen gar nichts. Vielleicht sogar, wie ist das genau? Es kann doch noch nicht mal ein Titel erwirkt werden, wenn sie in die Privatinsolvenz gehen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und ich glaube, die Privatinsolvenz dauert doch mittlerweile in Deutschland auch nur noch drei Jahre. Ist das richtig? Also wirklich alles total abstrus, was hier abgeht. Nichtsdestotrotz, die BILD wiederum hat auch darüber berichtet, Klimakleber stehen vor dem Ruin. Und da gibt es ein paar interessante Informationen noch über die Situation. Wie es nämlich hier heißt, schon jetzt muss die sogenannte letzte Generation den Gürtel enger stellen. Neugewonnene Klima-Extremisten, hier Extremisten wird hier mal verwendet, das Wort interessant, werden nicht mehr für ihre Straftaten bezahlt. Das wussten auch nicht viele, aber das war ja so. Und statt in teuren Airbnb-Wohnungen sollen die Kleber während der Protestphase in Berlin in Privatwohnungen unterkommen. Und hier unten heißt es ja dann, bezüglich der geltlichen Situation haben echte Geldprobleme und die kann nur ein neuer Großspender lösen. Und das ist natürlich ein interessantes Stichwort. Mal gucken, ob da ein Großspender aus Deutschland oder vielleicht auch aus den USA kommt und versucht, sein Gewissen reinzuwaschen und denen jetzt ein paar Millionen zur Verfügung stellt, damit das Thema durch ist und weitergemacht werden kann. Und ja, sie haben vor, weiterzumachen. Wie? Besprechen wir am Ende des Videos noch. Hier mit der Schadenersatz-Auforderung. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass das so viel Erfolg hat. Aber wenn ihr eine andere Meinung habt, schreibt das mal unten rein. Und wir müssen uns nämlich hier auch nochmal in der Chance der Situation hier angucken. Guckt mal. Eskalation auf der Autobahn. Klimakleber blockieren Brenner. Autofahrer rasten aus. Und das Ganze ist ja in der letzten Woche, vor einigen Tagen bereits passiert. Man sieht das hier. Die Leute sind zensiert. Aber die Kandidaten saßen zu vielen wirklich auf der Straße. Und dann sind die Menschen wiederum hingegangen und haben sie versucht, von der Straße zu holen. Nach unter einer Stunde war die Fahrbahn auch wieder frei. Es gab allerdings einen kilometerlangen Stau. Also wieder mal eine absolute Unverschämtheit, die hier gemacht wurde. Und man sieht doch einfach, dass die Bürger kein Interesse mehr daran haben, keine Lust mehr daran haben. Und ich habe ja die Hoffnung, dass viele Leute daher verstehen und sehen, dass unser Staat auch absolut unfähig und auch untätig bleibt. Und diese Kandidaten gerade in Berlin beispielsweise auch gewähren lässt und da gar nicht gegen vorgeht. Und dass man deswegen vielleicht bei den nächsten Wahlen auch sehen wird, dass das einigen Leuten reicht. Und dass die Leute wirklich möchten, dass hier ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr auch eben als solcher behandelt wird. Hier auch nochmal ganz gut zu sehen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben der Kandidaten. Und hier die österreichische Polizei, die da versucht, dann auch die Straße wieder freizumachen. Absolut unsäglich. Was hier mittlerweile wirklich geduldet wird, Leute, das sucht seinesgleichen. Das ist wirklich absoluter Wahnsinn. Dann interessant, habe ich noch rausgesucht aus dem Mai diesen Jahres. Klimakleber sind noch unbeliebter als das Gendern, hieß es in einer YouGov-Umfrage. Das hatte ich, glaube ich, noch in keinem Video drin. Deswegen wollte ich das hier auch nochmal gerne mit reinnehmen. Und dann sehen wir nämlich hier, dass sich das bezieht auf 60 Prozent der Befragten lehnten das voll und ganz ab, bezüglich hier Straßenblockaden, und 16 Prozent lehnen es eher ab. Dagegen sagen nur mickrige 5 Prozent, dass sie die Aktionen der sogenannten letzten Generation voll und ganz unterstützen. Dafür macht unsere Politik offensichtlich Politik und geht eben nicht rechtlich ganz gegen vor. Denn das ist nämlich Bezug auf den Flughafen Hamburg und auch Düsseldorf, die ja blockiert waren, welche wir am Anfang des Videos behandelt haben, nochmal ganz interessant. Wenn man sich diese Nachricht hier anguckt, die habe ich bei meiner Recherche gerade auch noch gefunden, vom 14. Juli, Strafantrag gegen Klimakleber. Piloten warnen vor der Gefahr. Und hier in so einem kleinen Nebensatz, in diesem Absatz hier, heißt es, in Hamburg hat die Staatsanwaltschaft die Aktion am Flughafen bisher nicht als Gefährdung des Luftverkehrs eingeschätzt. Dafür lägen keine Anhaltspunkte vor, sagte Oberstaatsanwältin Liddy Öchtering dem Abendblatt. Es bedürfe dazu einer konkreten Gefahr für Leib, Leben oder Sachen von bedeutendem Wert. Eine im Anflug beschwindliche Maschine habe rechtzeitig umgeleitet werden können. Ja, Leute, das heißt, es geht hier einfach nur noch rein um einen Schadenersatz. Nicht mehr war hier wirklich eine Gefährdung des Luftverkehrs oder eine andere Straftat sonst was vorhanden, die begangen wurde. Das ist doch wirklich eine ganz, ganz unangehenehme Entwicklung. Wenn die Staatsanwaltschaft da vielleicht gar nicht absichtlich, sondern auch ihr selber die Hände irgendwo gebunden sind und da gar nicht mit der vollen Härte des Gesetzes gegen vorgehen kann, oder? Was sagt ihr dazu? Schreibt es mal rein. Und, das hatte ich ja gerade eben auch angekündigt, heißt nämlich jetzt in der Berliner Zeitung, Klimakleber ändern Strategie und erobern Herzen in der Bevölkerung. Dann könnt ihr mir in den Kommentaren schreiben, ob sie euer Herz bereits auch hier im Sturm erobert haben. Und sie planen nämlich jetzt eine Strategieänderung. Und so heißt es hier, wir hören nicht auf, generell nicht, Tischlerin aus Berlin und so weiter. Wir verändern nur unsere Vorgehensweise. Und jetzt geht es nämlich direkt weiter. Wir fahren nun eine doppelte Schiene, sagt der Uhu. Axel Uhu, 52-jähriger Fachwirt aus Wilmersdorf. Zum einen blockieren wir ab jetzt nicht mehr die Bürger, sondern Konzerne, Parlamentsgebäude und Yachten. Und das haben wir ja auch schon mitbekommen. Da war ja eine Yacht, die, ich glaube, in so einem Orange irgendwie, ja, angestrichen, in Anführungsstrichen, besudelt wurde. Dann gab es das Flugzeug, welches ein Oldtimer-Flugzeug sogar war. Ich glaube, aus Dänemark, was auf Sylt gelandet war und komplett versaut wurde, wo Hunderttausende Euro jetzt investiert werden müssen, um die Maschine wieder herzustellen und so weiter. Jetzt möchte man offensichtlich an diese Leute. Und ich bin mal gespannt, wenn sich das Ganze jetzt wirklich auf Parlamentsgebäude beziehen wird, so zum Beispiel beim Verkehrsminister oder auch bei unserem geschätzten Wirtschaftsklimahysterie-Minister Habeck. Und dort die Einfahrt blockiert wird, ob da genauso Akzeptanz vorgespielt wird oder ob dann die Personenschützer die Straße, die Fahrbahn direkt freiräumen würden. Bei Konzernen finde ich das auch nochmal ganz ganz spannend, wenn sie das wirklich bei Konzernen machen. Viele Konzerne werden nicht die Cojones haben und dagegen vorgehen, sondern sie werden das Spiel mitmachen, weil sie Angst haben, gecancelt zu werden. Man kennt das doch mittlerweile, dass so etwas dann passiert. Ich halte euch über diese Entscheidung natürlich auf dem Laufenden, wie die ganze Situation weitergeht. Abonniert den Kanal dafür. Bis zum nächsten und ciao.